In the summertime, when the weather is hot, you can stretch right up and touch the sky, when the weather's back down. Hallo. Wow. Ein traumhafter Tag. Ich weiß, was euch jetzt durch den Kopf geht. Weihnachten! Genau, ich kann's auch kaum erwarten. Kommt, ich weier euch in das Geheimnis der Familie Weihnachtsmann ein. Wie mein Vater hier in einer Nacht zwei Milliarden Geschenke verteilt. Seht euch das an. Einpack-Elfen! Achtung! Ja! Das Einpack-Bataillon vom Weihnachtsmann. Die Grünbänder. Präsentiert die Waffen. Nachtsichtschere, Klebebandkanone, Weihnachtsgeschenkpapier. Super. Auf mein Kommando wird eingepackt und zwar das. Das? Da? Gebt mir euren Weihnachtsschlachtruf. Ho, 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 ho. Ho, ho, ho. Los, 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 los. Schnell, hier lang. Hey, das ist streng geheim. Ausschalten. Arthur Weihnachtsmann. Wow, das ist mal ein großer Teddybär. Wow! Es kommt definitiv kein Film raus. Nein, nein, kein Film. Keine Eisbären in der Einsatzzentrale.